Hubert Huppertz ist Festkörperchemiker und forscht an der Universität Innsbruck an neuen Verbindungen und Stoffen. Sein Spezialgebiet? Extrem hoher Druck, so wie er tief im Erdinneren vorkommt, kombiniert mit hoher Temperatur. Unter solch extremen Bedingungen verhalten sich chemische Stoffe ganz anders und verbinden sich zu bislang unbekannten Substanzen. Wir wollen herausfinden, was ist möglich zu synthetisieren. Also komplett neue Stoffklassen zum Beispiel entdecken, die vorher noch nie ein Mensch gesehen hat. Und das unter extremen Bedingungen, sprich sehr, sehr hohem Druck und auch sehr hohen Temperaturen. Der Grund dafür ist, dass diese Bereiche in der Synthese bisher überhaupt noch nicht betreten wurden. Das heißt, man betritt ein Gebiet, wo vorher noch nie jemand Chemie gehabt hat. Und das ist natürlich etwas, was ganz, ganz besonders interessant ist und wo auch viele, viele neue Verbindungen zu entdecken sind mit hoffentlich interessanten Eigenschaften. Je nachdem, in welche Richtung ein Experiment gehen soll, werden von den Wissenschaftlern Stoffgemische mit bestimmter chemischer Zusammensetzung hergestellt und in winzige Tiegel eingefüllt. Das spätere Herzstück des Experimentes. Eine tonnenschwere Presse wird den nötigen Druck liefern. Der Aufbau der Experimente ist komplex und besteht aus Komponenten, die den Druck weiterleiten und anderen, mit denen im Inneren Hitze erzeugt werden kann. Da hat die Entwicklung der Materialchemie glücklicherweise ein Material hervorgebracht, das sogenannte Wolfram-Cabit, was man auch als Vidia bezeichnet. Dieses Material kann tatsächlich solchen Drücken standhalten. Wir haben es immer mit relativ wenig Probe zu tun. Das liegt natürlich daran, dass Druck immer Kraft pro Fläche ist. Das heißt, je höher wir den Druck treiben wollen, desto kleiner müssen wir die Fläche bzw. das Volumen machen. Und deswegen sind unsere Probenmengen so im Milligramm-Bereich, also ich sage mal zwischen 40 und 100 Milligramm Substanz, die wir herstellen. Das ist aber völlig ausreichend, um damit hinterher die Charakterisierung der Probe zu machen und um dann tatsächlich in größeren Mengenbereiche zu kommen. Da gibt es dann industriell sehr, sehr große Pressen und diese Pressen schaffen es dann auch tatsächlich, Substanz im Kilogramm-Maßstab herzustellen. Die zusammengefügten Komponenten werden in einer Presse unter hohen Druck gesetzt. Die Kraft wird auf den kleinen Tiegel im Inneren übertragen und durch Aufheizen auf viele hundert Grad noch verstärkt. Druck, der 250.000 Mal so groß ist wie der normale Luftdruck, wirkt auf das Stoffgemisch. Grundlagenforschung ermöglicht es uns, in Bereiche vorzudringen, die vorhandene Anwendungsgebiete ergänzen können. Und ein wichtiges Gebiet sind sicherlich die Hartstoffe. Die berühmteste Hochdrucksynthese ist, wenn man in die Geschichte zurückschaut, die Diamantsynthese. Das heißt, die Umwandlung von Graphit in Diamant auf künstlichem Wege über solch eine Hochdruckpresse. Und die zweithärteste Substanz, grob gesprochen, ist das kubische Bornitrit, welches aber nur ungefähr halb so hart ist wie Diamant. Und in diesem Zwischenbereich zwischen kubischem Bornitrit und Diamant, da gibt es natürlich viel, viel Platz. Und so kann es durchaus auch passieren, dass wir in diesen Bereich hineinkommen mit unseren Substanzen. Das heißt, unsere Substanzen würden regulär auch auf ihre Härte hin überprüft. Und wenn wir etwas finden würden, was in die Richtung gehen würde, dann würden wir auch versuchen, das in größerem Maßstab herzustellen. Nach einigen Stunden ist das Experiment beendet. Durch den hohen Druck sind der Soktaeder und der darin befindliche Tiegel jetzt deutlich kleiner. Das, was unter den extremen Bedingungen entstanden ist, wird mit unterschiedlichen Analysemethoden, wie zum Beispiel der Pulveren-Gentifraktometrie, untersucht. Wie haben sich die Atome im neu entstandenen Stoff genau angeordnet? Das ist die zentrale Frage, an der die Chemiker rund um Hubert Hupperts interessiert sind. Denn damit hängen die Eigenschaften, die ein Stoff hat, also beispielsweise seine Festigkeit, direkt zusammen. ... ...